Er hat ein Knall, rotes Drachenboot, mit diesem Drachenboot fahren wir hinaus. Er hat ein Knall, rotes Drachenboot, und erst im Abendboot kommen wir nach Haus. Andre, der fühlt sich wie Christoph Kolumbus auf dem Schweriner See. Und dass er gestern verloren hat, das tut ihm heute gar nicht mehr weh. Dafür hat er andere Sorgen, die Kopfschmerzen sind riesengroß. Doch wenn die Sonne untergeht, geht die Party wieder los. Er hat ein Knall, rotes Drachenboot, mit diesem Drachenboot fahren wir hinaus. Er hat ein Knall, rotes Drachenboot, und erst im Abendboot kommen wir nach Haus. Wir haben kein Segel und keinen Motor und keine Kompöse, oh nein. Wir schaufeln mit Liebe und sehr viel Humor ins große Glück hinein. Er hat ein Knall, rotes Drachenboot, mit diesem Drachenboot fahren wir hinaus. Er hat ein Knall, rotes Drachenboot, und erst im Abendboot kommen wir nach Haus. Und er ist glücklich und stolz wie Lord Nelson, heute ist ein großer Tag. Hell scheint die Sonne und blau ist der Himmel, alles genau wie er's mag. Und sollte die Puste nicht reichen, das nehmen wir gerne in Kauf. Er hat ein Knall, rotes Drachenboot, mit diesem Drachenboot fahren wir hinaus. Er hat ein Knall, rotes Drachenboot, mit diesem Drachenboot fahren wir hinaus. Er hat ein Knall, rotes Drachenboot, mit diesem Abendboot kommen wir nach Haus. Kommen wir nach Haus. Kommen wir nach Haus. Wie 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 kommen wir nach Haus. Vielen Dank.